Hi, mein Name ist Martin und ich helfe jungen und angehenden Führungskräften dabei, leistungs- und führungsstarke Teamplayer zu werden, damit sie aus ihrem Team einfach das volle Potenzial voll ausschöpfen können und das sowohl im Business, aber auch natürlich im Sport. Und ich habe Lukas vor circa fünf bis sechs Monaten kennengelernt und arbeite jetzt auch seit fünf Monaten mit ihm zusammen und kurz nach der Zusammenarbeit, glaube ich zwei Wochen danach, konnte ich auch schon mein erstes hochpreisiges Coaching verkaufen mit seinen Anleitungen und mit seiner Hilfe sozusagen und das war im mittleren vierstelligen Bereich und bin natürlich sehr glücklich, dass ich hier so einen Partner an der Seite habe, der mir viele, viele Einzelheiten mit auf den Weg gibt und das Besondere finde ich einfach diesen individuellen Austausch mit ihm zu haben, jede Woche, aber auch diese ganzen Vorlagen, die er einem immer wieder mitgibt, ja so dass man seine Themen einfach damit einbringen kann und das dann einfach optimal zusammenpasst. Ich bin sehr froh, dass ich so einen Partner an der Seite habe und freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit.